Das ist ja nun noch gar nicht so lange her. Wir haben gerade erst vor ein paar Tagen über die erste Boeing 787-9 für Turkish Airlines gesprochen. Ein Flugzeug, das jetzt schon bald als neuestes Mitglied zu dieser Fluggesellschaft in die Flotte kommen wird. Ein spannender Punkt daran, Turkish Airlines wird mit der neuen 787 auch eine neue Business Class einführen. Was vor ein paar Tagen dann allerdings leider noch fehlte, waren ein paar echte Bilder von dieser neuen Ausstattung. Die haben wir mittlerweile, da wollte ich noch mal ganz kurz mit euch drüber quatschen. Und dann, wenn wir schon mal dabei sind, schauen wir uns noch mal kurz an, was Lufthansa schon bald in dieser Hinsicht liefern wird. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also für all diejenigen, die den letzten Beitrag zu diesem Thema vielleicht nicht mehr so ganz auf dem Zettel haben, Turkish Airlines bekommt jetzt bald die erste von 25 festbestellten Boeing 787-9. Um genau zu sein, haben sie seit nicht mal 24 Stunden die erste Maschine des Typs, die Maschine mit der Registrierung Lima Alpha, in Istanbul auf dem Hof stehen. Denn gerade gestern flog die Maschine von Seattle nach Istanbul. Das ist jetzt der neue Heimatflughafen für diese 787-9. Und von dort aus wird das neue Flugzeug bereits ab dem 8. Juli erst einmal auf der innertürkischen Verbindung nach Antalya unterwegs sein. Gerade zur Sommerzeit wird auf dieser Strecke gerne mal der ein oder andere Widebody voll gemacht. Und da bietet es sich jetzt natürlich an, die 787 erst einmal auf dieser Strecke einzusetzen. Denn für das neue Flugzeug benötigt man für das Training der Crews sowieso so viele Legs wie möglich, in so kurzer Zeit wie möglich. Ist also auf jeden Fall sinnvoll, in den ersten Tagen die ganzen Crewmitglieder mit dem neuen Flugzeug auf dieser Strecke vertraut zu machen. Ab dem 17. Juli, also gerade mal neun Tage später, wird das Flugzeug dann aber bereits auf die Langstrecke gehen. Dort gibt es dann den ersten Flug von Istanbul nach Denpasar in Indonesien. Für die neue Boeing 787 und den weiteren Verlauf des Sommers sind bei Türkische Airlines aber auch noch einige weitere Ziele in Planung. Hauptsächlich geht es da in Richtung USA. Ein Ziel hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ist erst einmal nicht mit dabei. Und es dauert also gar nicht mehr lange. Dann können die ersten Gäste die neue Türkische Airlines Business Class ganz ausgiebig auf der Langstrecke testen. Und nach den computeranimierten Bildern der letzten Tage haben wir jetzt endlich mal ne Handvoll zumindest echte Fotos aus der neuen Kabine. Und dort sieht man, dass die Business Class wie erwartet dort in einer 1-2-1 Konfiguration verbaut ist. Das ist ganz angenehm, denn es sorgt dafür, dass jeder Gast, jeder von den 30 Leuten, die da vorne sitzen können, dass die alle einen direkten Zugang zum Gang in der Kabine haben. Hier muss also kein einziger Gast, wenn er mal auf die Toilette muss oder wenn er mal in die Bordküche möchte oder sich einfach mal kurz die Beine vertreten möchte, wie auch immer, hier muss niemand über einen anderen Fluggast drüber steigen. Gut, das wussten wir aber auch schon vorher. Also machen wir die ganze Sache mal kurz, schauen uns das Bild an und was fällt uns dabei auf? Naja, ich denke mir zumindest, das wirkt irgendwie doch alles ein bisschen dunkler, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber klar, es sieht natürlich modern aus, es sieht privat aus, zumindest etwas privater als in der alten Business Class der Türkisch Airlines. Und das macht schon alles einen recht angenehmen Eindruck. Jetzt kann man ehrlicherweise aber auf diesen Bildern nicht so wahnsinnig viel erkennen. Deswegen bleibt es bis jetzt, zumindest können wir das bis jetzt noch nicht wirklich beurteilen, es bleibt erst einmal ein nettes Upgrade, kein wirklich bahnbrechendes Produkt. Aber wir sind einfach mal gespannt, was die heute noch nicht erkennbaren Details aus diesem Produkt dann auch alles rausholen können. Im nächsten Monat wissen wir dann mehr. Viel interessanter fand ich bei diesen Bildern eigentlich den Blick in die neue Economy Class, in der 787-9. Hier wählt Türkisch Airlines jetzt nämlich ebenfalls ein neues, etwas dunkleres, aber richtig gut aussehendes Design. Also wirklich nicht schlecht. Die ersten sechs Maschinen vom Typ 787-9 für Türkisch Airlines werden dabei in der Economy Class übrigens mit 12 Zoll Bildschirm in der Rückenlehne ausgeliefert. Die darauffolgenden Maschinen sollen dann sogar nochmal 1 Zoll mehr bekommen und dann wäre man tatsächlich auch auf Emirates Niveau angekommen, was das Unterhaltungssystem, zumindest die Hardware angeht. Eine Sache, die hat sich dann in der Türkisch Airlines Boeing 787 in der Economy Class dann allerdings nicht unbedingt verbessert. Und zwar ist das die Bestuhlung. Dort findet man jetzt eine 333 Bestuhlung. Das ist auch erst einmal vollkommen normal für die Boeing 787. Schaut man jetzt aber in die Boeing 777, in die Economy Class der Türkisch Airlines, dann findet man dort ebenfalls diese Bestuhlung. Türkisch Airlines gehört damit zu den wirklich wenigen Fluggesellschaften, die überhaupt noch eine solche Bestuhlung in einer Boeing 777 in der Economy Class anbieten. Und das ist tatsächlich eine sehr angenehme Sache. Es macht durchaus einen Unterschied, ob jetzt 9 Sitze in der Economy Class in einer 5,86 cm breiten Kabine stehen oder jetzt in der neuen 787-9 9 Sitze in einer 5,49 cm breiten Kabine. Also da verliert man leider ein bisschen Platz. So viel also erst einmal dazu. Und während jetzt eine Fluggesellschaft quasi durch die Vorstellung oder quasi mit der Vorstellung des neuen Produktes einen vierten Skytrax-Stern verliert, bekommt eine weitere Fluggesellschaft durch die Vorstellung eines Entwurfs für ein neues Premium-Produkt einen fünften Stern dazu. Lufthansa wird ab dem Herbst 2020 mit der neuen 777X ein neues Premium-Produkt einführen. Eine neue Business Class. Und wie wir jetzt seit ein paar Tagen wissen, ebenfalls auch eine neue Premium Economy Class. In der Business Class läuft es dabei wohl hinaus auf eine 1-2-1 Konfiguration abwechselnd mit einer 1-1-1 Konfiguration. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sie das dann am Ende des Tages umsetzen werden. Weil das ist eine ganze Menge Platz. Das verspricht eine ganze Menge Platz für die einzelnen Passagiere, die dort sitzen. Drei Passagiere in einer Reihe in einer fast 6 Meter breiten Kabine. Joa, das wird spannend. Neben dem ganzen zusätzlichen Platz bekommt ein Passagier in der Lufthansa Business Class dann sicherlich auch ein gutes Stück Privatsphäre dazu. Also es gehört ja dann durchaus ein bisschen irgendwo zusammen. Dabei soll der Sitz natürlich deutlich bequemer sein als der Vorgänger. Aber ihr kennt das ja alles. Das ist ja nichts Neues. So, jetzt soll aber das Thema Digitalisierung bei der Lufthansa beim neuen Produkt eine wirklich große Rolle spielen. Das gilt für die neue Business Class in der 777X, genauso aber auch für die neue Premium Economy Class im gleichen Flugzeug. Und so will Lufthansa dann, neben dem neuen Hard-Produkt, das die Fluggesellschaft an dieser Stelle auf den Stand der Konkurrenz schieben soll, auch mit Dingenpunkten wie zum Beispiel Einchecken per Sprachsteuerung, individuelle personalisierte Buchungspakete, schnelles Internet an Bord der Flugzeuge, Dinge wie Augmented Reality beim Bordverkauf oder dann auch kontaktloses Bezahlen, beispielsweise mit Apple Pay im Flugzeug. Joa, das klingt doch schon mal gar nicht schlecht. Ein paar nette Funktionen, die sicherlich sehr chaotisch sind, wenn sie nicht vernünftig umgesetzt werden und dem Passagier nicht vernünftig präsentiert werden. Und diese Funktionen gut umsetzen, das bedeutet sicherlich sehr, sehr hohe Kosten, aber auch sehr viel Aufwand. Aber wenn das dann erst einmal gut umgesetzt ist, dann kann es durchaus sein, dass die Lufthansa bereits im nächsten Jahr eine, wie heißt es, Digital Experience an Bord eines Flugzeuges bieten kann, die man so bei anderen Fluggesellschaften nicht findet. Aber warten wir auch da am besten einfach nochmal ein bisschen ab. Ach ja, die neue 777X, die fliegt übrigens immer noch nicht, hat aber mittlerweile am Boeing-Bag in Seattle die ersten Rolltests erfolgreich hinter sich gebracht. Ein Erstflug in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen ist aufgrund der anhaltenden Probleme mit den General Electric Triebwerken des Flugzeuges unter Dauerbelastung leider immer noch nicht in Aussicht. Gut, soviel an dieser Stelle also dazu. Heute mal ein etwas kürzeres Video. Ich hoffe, dass trotzdem ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Beitrag wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bis dahin, 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 bis dahin bis dahin, bis dahin 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 bis